Subta Ardha Vira Uttita Hastapadasana ist eine Form der Vorwärtsbeuge. Subta heißt aus dem Liegen heraus, Ardha Vira heißt ein Fuß, ein Knie gebeugt und Fuß neben der Hüfte. Uttita Hastapada heißt aufgerichteter Arm an Pada an dem Fuß. Es ist also die nach hinten gelegte, halbe, heldenausgedehnte Hand zum Fußstellung.